Das Loch im Schädel von Obert von Avranche hat mich neugierig gemacht. Kurze offizielle Überlieferung ist, dass ihm Erzengel Michael dreimal im Trauma schien. Er gab ihm die Aufgabe, dort ein Gotteshaus zu bauen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, bohrte er beim dritten Mal sein Finger in den Schädel des Bischofs. Pierre Thilo hat nachgewiesen, dass es sich dabei um eine Epithermit-Zichte gehandelt habe, eine Trepanation schloss er aus. Ich weiss nicht, ob Thilo bei seiner Forschung Agne Inversa auch auf dem Schirm hatte. Meine Erfahrung ist, dass in der grossen Masse praktisch niemand diese Krankheit kennt. Selbst bei Ärzten sah ich schon grosse Fragezeichen in den Augen. Das wird vermutlich bei anderen Wissenschaften nicht anders sein. Schau ich das unter der HS-Lupe an, so war es damals schon eher eine Krankheit, die weniger beim Klerus und Adel zu finden war. Aber es durchaus vorkam, weil zum Beispiel fettleibig waren wahrscheinlich kaum die einfachen Bewohner dieser Landstriche. Ober soll aus einer nicht armen Familie kommen, dessen Erbe er verschenkte und Priester wurde. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie sein Leben verlief. Also da sehe ich einen tief formen Mann im Frühmittelalter. Die Entfernung der Haare, wahrscheinlich während seiner Pubertät, hat diese Beule überhaupt erst ausgelöst. Es ist genau die Kante der Tonsur. Ich bin keine Rasurexpertin. Beim eigenhändigen Rasieren ist es nicht genau da am Hinterkopf, wo es doch etwas schwieriger wird, nicht? Robert stand wissend zur Verfügung und dokterte es sicher an dieser Wunde rum. Was kam alles damit in Berührung, damit es am Ende dann so aussah? Ich kann mir beim Anblick dieses Schädels wiederholte Abdecklung einer Beule durchaus vorstellen. Die Fistel, die mit der Zeit ins Hirn von Robert vordern, hat dann diese außerordentlichen Bewusstseinszustände ausgelöst. Viele Informationen über diese Überlieferung, es sind etwas widersprüchlich, aber nicht weniger interessant. Die Kette, dessen Teil dieser spezielle Ort ist, erstreckt sich über so manchen Kilometer. Erst waren da druidische Frauen, dann wurde ein römisches Heiligtum gebaut. Den Daten zufolge fand der Wechsel von den Merovingern zu den Karolingern statt. In der Zeit war auch die arabische Besetzung Spaniens vor dem Gange. Obwohl eine religiöse Toleranz überliefert ist, war es eine Besetzung. Die Grenzen verschoben sich in die Richtung, wo sich Robert befand. Diese Information erreichte früher oder später bestimmt auch diese Einsiedelei. Zusammen mit der Justinianischen Pest, die im Mittelmeerraum Millionen Tote forderte. Ist es nicht möglich, dass er mit seinen Brüdern sowas wie Existenzängste verspürte? Es rundet ein Bild ab von einem Bischof mit der damalig an seine Genetik angepasste Form von HS. Die Legende über Robert wurde nach 200 Jahren mündlicher Erzählung niedergeschrieben. Ich vermute, dass ihn die anderen sowas wie bewunderten. Erstens, weil er so unerschütterlich war und weil er dieses Loch im Kopf hatte. Seine Tapferkeit wurde legendär. Vielleicht durch seinen vernünftigen Lebensstil, was der Abheilung sehr dienlich war, überstand er diese Schübe immer wieder. Wo andere starben, erholte sich Obert. Eine plausible Version? Das ist so ein bisschen das, was mich an der heutigen HS-Forschung stört. Unzählige respektable Helden über den Mikrokosmos. Die daraus gezogenen Rückschlüsse beleuchten leider oftmals nur die Fassade an der Ebenen. us-Faniu